Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 17, komm, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, go! Wenn man am Dienstagabend um 5 erst eine E-Mail schreibt, dann ist es geschehen. Also wirklich, Mittwoch, 15 Uhr, keine E-Mail, uns anschreiben. Wenn wir dort sind, oder wenn ihr da seid, in dem Moment produziert ihr den Verein, insbesondere für die Bühne der Bühne. Und wenn wir da nicht bauen, dann können wir dann nie wieder trainieren. Ich denke mal bitte an, ich habe dann den 5 Gruppen auf. Jeder, der seinen Namen hört, geht zu der entsprechenden Gruppe. Dann wird jeder in eine Gruppe kommen. Und dann macht jede Station erst mal den Test zu Ende und dann rotieren wir im Flugzeug, dass wir dann weiter. Und dass jeder dann die Station gemacht hat. Wichtig ist, wenn ihr eine E-Mail schreibt, dass ihr noch mal ein paar Starts macht, wieder nachgeworben macht, kühlt noch ein bisschen runter. Dass ihr dann warm bleibt, damit keine Muskelverletzung hier bei den Bühnen. Dann wir haben einen guten Teil, aus demIA-Fressen, der modernen Sitzenden oder den Bühnen. Aus demIA-Fressen, aber zum 2.500 Euro. Wir sind heute die Menschen auf einer Bühne. Sobald nach demIA-Fressen. Der erste Mai-Fressen, der erste Mai-Fressen hat. Er ist kräftig, der erste Mai-Fressen hat. Er ist kräftig, der erste Mai-Fressen hat. Er ist kräftig, der erste Mai-Fressen hat. Er sieht, dass er noch ein paar Jahre. Und dann rijt, dass die Bank-Fressen sind einfach! Nachdem der Applow-Fressen hat. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.